Und da ist der Aufsuch zur Oberstation Musiktheater hier in Gelsenkirchen. Hier ist übrigens ein Teppler, auch so wie das ist. Mal schauen. Mit Hydraulikantrieb. Also es ist schon weiter Weg von hier bis zur Haltestelle der Straßenbahn in Hano 2 und 1 und 7. Hier gibt es den Boden. Vielen Dank. Bahnsteig und Horst am linke Bahnsteig